Na dann wollen wir die mal zurück erobern hier, weiß nicht ob es diesmal klappt Das ging ja einfach Warum holt denn der sich denn jedes mal wieder zurück Versteh ich nicht Du bist du Oh 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 Ah Oh zerstören sie Legion aus Rüstung. Ne, wir waren erstmal hier noch. Ich will win! Ja Baby! So, da muss ich lang. So, jetzt. Das ist das Ding wo ich nicht rankomme. Das ist der Treffen mit Gremlin. Na, die sind wir da mal hin. Ich hoffe, ihr mögt was ich für euch. Ach so, das ist Lauf. Ne. Lauf will ich nicht. Schöpfe. Spendid day for a drive eh? Face it, I am beautiful. See you later then. We can't fight our firepower! We're in trouble! So, PS muss ich erstmal holen hier. Haha, yeah! Haha, yeah! Haha, yeah! Haha, yeah! Haaaaaaaaaaahhh! I'll take that! Cha-ching! Haha! Sooo... Should we put the pedal to the metal? Hmm? Yeah! 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 Yeah.. Das war's für heute. So, noch mehr Splitter. Nein, hier auf genau, da möchte ich hoch. Schaffe ich das? Nein, schaffe ich nicht, okay. Es ging doch hier drin irgendwie hoch. Wann das? Ach, da hinten? Äh... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Da oben Okay Ja, woher ich da hochkommen soll Ah, hier ist so ein Schlitter This is a good one The city is ours, why does mayhem even try Shit, this isn't a drill Right on target Snagged another one Snagged another one Snagged another one Ha! Guess we can't have enough These things weird me out Okay, I can't have enough Okay, I can't have enough To be honest, I can't have enough da ein lidschen versteckt noch nicht erst mal noch eine geisel hier hier habe ich mich schon Das war's für heute. Ich kann das alles, wie Babylon sagt. Black-Brenade! Well, look who it is! Black-Brenade! Ah! Oh! Ah! Got it! Hmm. Oh no! No! Oh no! Oh no! I hope this ain't radioactive. And that's why I missed you! Das ist wieder ein Versteck! Das sind Autos zum Kaput! mal war ich hier nicht gerade erst habe ich hier die ecke abgeräumt diese kiste und bauchklatscher um irgendwie da nach oben nee da glitscht es durch das ist doof ja da glitschte runter da kannst du dich nicht festhalten ja das ist ja doof hier hoch glück da sonst drauf Gibt es hier innen irgendwas? Aufzug oder so? Nee. Da komme ich auch nicht weiter. Und von der Baustelle da drüben darüber komme ich nicht. Das schaffe ich nicht. Okay, also wieder unschaffbar. Schön. Seit wann ist Pierce eigentlich Linkshänder? War der da jetzt schon immer? Nicht gut. Okay. Nee, da dachte ich mir, dass das nicht geht. Hey! Got it. If you got time, I've got bullets. So schön. So, diese Renndinger können wir knicken. Was ist das? Halte Legion davon ab, in der Gegend Patrouille zu laufen. So? So? Huh? Das sieht nicht gut aus. Ich werde gewinnen! War nicht nur einer? Ja. Ja. Ich stehe hin. Weggeglitscht. Na toll. Der hängt in der Säule fest. Na toll. Was ist das für ein Quatsch? Geblieb bitte. Ich sag jetzt mal nichts dazu. Ach, wieder da oben. Ja, da weiß ich gar nicht wie ich hochkommen soll. Weil ich kann darauf nicht stehen. Sonst wäre es ja simpel. Das ist eigentlich ein Spaß befreiter Russe. Oh Mann. Okay, ging ja doch. War doch nicht so schwer. Gut, dann machen wir das noch. Und dann machen wir im nächsten Video weiter. Wo muss ich jetzt hin? Wo sind denn? Ich habe einen Platz. Loser! 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 Ich habe auch einen Platz. Loser. Sprechen Sie mit Gremlin? Äh, nee. Wir gehen jetzt in den Ark. Besser ist wohl, wie wissen Sie es gar nicht erst. Ja. Das ist Pierce. Das ist Pierce. So. Neue Verträge verfügbar. Und neue Verträge verfügbar. Und ein Gebietsschlüssel. Und wir machen jetzt mal hier, würde ich sagen. Jo. So, komm hier. Du. Und du. Und du. So, nehmen wir uns hier noch ein bisschen Kohle ab. Und dann machen wir am nächsten Video weiter. Bedanken mich für's Zuschauen. Bis gleich. Bis gleich. Bye. Vielen Dank.